Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern bin ich um 18.30 Uhr beim Ponyschampionat gestartet und bin Zweite geworden. Somit habe ich die silberne Schleife des Ponyschampionats zweimal. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.